Moin, Leute! Am heutigen Tag eröffnen wir unser eigenes Kino, und zwar beim Movie Cinema Simulator. Oh ja, sieht schon mal vielversprechend aus. Oh, achso, das Game gibt's nur auf Englisch, aber Paletto ist natürlich professioneller Übersetzer. Da ist die liebe Meliv. Endlich, du bist wach! Komm, beeil dich, wir müssen zum Kino. Ja, 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 ich beeil mich ja schon. Okay, scheinbar verteile ich heute auch ein paar Schellen, so wie meine Fäuste da rumfliegen. Ähm, das ist meine Wohnung. Ja, die ist ja ganz schön. So, Meliv! Oh, ich kann ja wirklich boxen. Alter, Meliv muss ich in Acht nehmen. Wow! Alter, guckt euch das an. Das ist ja wirklich ein geiles Kino. Leute, geht ihr gerne ins Kino? Schreibt's in die Kommentare. Meliv, es geht. Hier sind wir. Jetzt warten wir mal, bis die ersten Leute kommen. Okay, ich bin bereit. Bitte kümmere dich um die... Kunden. Ich wusste dir... Ich konnte es nicht übersetzen. Mann, mein Gehirn ist noch im Schlafmodus. Okay, ich mach mal... Ich verkaufe jetzt die Tickets. Hallo! Ähm, Terminated. Okay, du bist 18? Dann akzeptiere ich das. Ja, bitte sehr. Oh, da habe ich die Kohle bekommen. Ja, du bist gerade mal 10 Jahre alt. Du kommst auch rein! Dürfen wir nicht, schade. Wir müssen sie leider rejecten. So, du bist 39. Du willst auch in Terminated. Okay, dann mal rein. Habe ich doch richtig gemacht, oder? Guter Job. Oh, Entschuldigung, Meliv. Warum ist es kacke? So, okay. Jetzt warten die Leute, dass das Ding startet. Achso, wir müssen... Ich muss den jetzt selber starten. Ah, der Projektor ist ein bisschen kaputt. Meliv, ich habe hier wirklich ganz krasse Fragen, was unser Familienunternehmen hier macht. Weil unser Kino sieht ja unfassbar reudig aus. Oh, aber hier drin ist schick. So, wir gehen hier hinter den Vor... Oh ja, hier, das repariere ich. Kein Problem. Ich hole mir gerne einen Stromschlag, Meliv. So. Ah, Gott sei Dank sind wir hier. Der Projektor... Ja, ich sehe diese Stromschläge. Ja? Okay, ich mache das. Manchmal gehen die Sachen kaputt und dann muss man ein bisschen fixen. Ja, warte, ich mache... Tapp... Den hier. So, ah ja, wir müssen nur hier an dieser Schraube ein bisschen drehen. Ich dreh dran, ich dreh dran. Immer schön nach unten ziehen. Jetzt. In Ordnung. Uff, das war anstrengend. Aber wieder vier Erfahrungspunkte. So, wir sind bereit, den Film abzuspielen. Was gibt es dir? Ach ja, Terminated. Stimmt, das war dieser Terminator-Film. Oh, warum hat er kein Shirt an? Oberkörperfrei. Oh, Alter. Einen Friggen Minigun trägt er hier. Uh, Balletto. Oh, was passiert? There is always this type of... Oh, was ist da passiert? Ah, das ist auch eine Unart, meiner Meinung nach. Und zwar gibt es immer Leute, die nach dem Film so Müll hinterlassen. Und ich finde es schon assi, wenn Leute so mit Popcorn die ganze Zeit rumwerfen. Weil, ey, mach das nicht. Ja, wenn es hier zu schmutzig ist, haben die Leute keinen Bock. Dann kriegen wir kein gutes Rating. Okay, ich mache das weg. Äh, dann brauchen wir jetzt den Wischer. Ich mache das weg, aber ich will vielleicht gar nicht wissen, was das genau ist. Weil stellenweise ist es braun und gelb. So. Sehr gut. Äh. Sorry, der musste raus. Ich habe gerade gegessen. Oh, was ist, was ist denn das, Filme? Das ist unser Büro. Ja. Ah, da können wir... Oh, das ist geil. Da können wir Sachen freischalten und upgraden. Popcornmaschine. Das ist ja geil. Warte mal, lass mich mal ran da an den Computer. Ich weiß noch, wie das probiert. Als ob. Popcornmaschine. Und dann können wir das auch noch für tausend upgraden. Und dann gibt es noch eine Sodamaschine. Was sind halt so Softdrinks, ne? So, was gibt es für News? Ah, da kann man gucken, welche Filme gerade so mega abgehen. Ice Cream. Okay, wir können ja gucken. Das soll eigentlich Scream sein. Das, keine Ahnung. Das ist Terminator und das ist La La Land. Okay. Wir müssen dann immer gucken, welche Filme gerade abgehen. Studio. Ah, wir haben drei verschiedene Räume. Jaja, guck mal hier. Ich mache dann hier Ice Cream. Achso, ah, ist jetzt Feierabend. Wunderbar, aber auch ein harter Arbeitstag. Okay. Jetzt habe ich mich aber direkt katapultiert. Teleportiert. Okay, ja. Ich gehe jetzt schlafen. Ah, ein neuer Tag. So, Mellef ist schon wieder. Oh. Warum bist du eigentlich, bist du dann direkt in meiner Wohnung? Teilen wir uns eine Wohnung? Weil hier steht Mellef rum. Wie warst du geschlagen? Ah, ich war eine kurze Nacht. Ich war gestern noch schön ein Reisaufen. Sorry. Ähm. Ach, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Okay. Ja, ich bin bereit. Ah, guck mal. Das ist das Kino von unserem Opa. Ja, ja. Ich will doch unseren Opa nicht enttäuschen. Obwohl ich sagen muss. Okay, ich bin reich. Ich mache jetzt gar nichts mehr. So. Äh, ich muss allerdings sagen. Ach, hier ist Ikea. Als ob. Und da ist irgendwie so ein kleiner Junge, mit dem man eine Quest starten kann. Aber ich muss jetzt zum Kino. Weil ich muss ja aggern. Toko Ceiling. Da, Cinema. So, warte mal. Wir gehen jetzt hier mal rein. Open. Da hinten gibt es noch Popcorn. Aber ich muss jetzt ja hier. Ach, das ist. Ah, guck mal. Wir haben auch so Kameras. Da können wir die Leute beobachten. Aber das, darum geht es jetzt. The Ticket Machine. Popcorn. Ah, warte. Make Sweet Popcorn. Ich bin ja mehr so der Sweet Popcorn-Typ. Ich gehe jetzt hier einmal rein um die... Die, was sagen die News? Die sind alle gut. Die sind alle gerade viral. Deswegen Change Movie. Studio. Ja, ist doch gut, dass wir die haben, oder? Mehr geht auch gerade nicht. Studio. Ach, guck mal. Das können wir dann auch noch upgraden für 100. Dass wir mehr Sitze haben. Jaja, das upgrade ich. Das lohnt sich doch mega, oder nicht? Studio 3. Ah, können wir noch nicht anlocken. Oh, Mitarbeiter. Complete Chapter 1. Ah, guck mal. Dann kann man irgendwie Mitarbeiter einstellen. Cinema Name. Ja, das ist Palettos. Ja, perfekt. Das ist wichtig. So, warte mal. Ich glaube, ich muss hier auch einmal... Oh ja. Oh, oh, oh. Hallo. Du bist 18 für Ice Cream. Accept. Oh Gott. Das ist kaputt gegangen. Warte. Ich weiß wie. Zack. Man muss nur einmal hier... Scheiße, Alter. Ich gehe dem alles kaputt. Ich glaube, ich muss das gleich noch mehr upgraden. Damit wir mehr Sitze haben. Ich glaube, das lohnt sich mega. Warte. Okay. Ähm, du bist 14. Muss ich leider... Äh, Age Area. Accept. Du bist 18. Accept. Du bist 18. Accept. Oh, äh, Reject. Accept. So, ich habe aufgelevelt. Ja, ja, warte mal. Oh, da kommen noch mehr. Hallo. Tutorial. Ah, die wollen jetzt essen. Ja, ja, warte, warte, warte. Aber ich muss jetzt erstmal... Warte. Stopp. Ich muss hier ran. Äh, Accept. Accept. So viel... Alter, was ist das denn für ein Schrottkino? Oh. Warte, warte. Ja, ich muss auch gleich noch das Popcorn machen. Das hat mir noch niemand erklärt. Okay, ich bin bereit. Äh, Accept. Studio. Warte, 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 warte. Warte, warte. Ich bin sofort wieder da. Ich werde das noch schön hier größer machen. So, das ist dann noch gut was frei. Weil wir müssen investieren. Ah, sorry, 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 sorry. Accept. 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 Oh, ist voll. Ja, da muss ich leider rejecten, weil... Sag mal, dieses Kino, Alter. Opa, du hast hier nur Müll hinterlassen. Ja, Terminal Accept. Oh, Scheiße. Oh Gott, da habe ich aus Versehen. Na toll, den einen, das hätte ich nicht machen sollen. Irgendwann ist es schon wieder kaputt. Ich muss jetzt die Leute mal mit Popcorn... Und dann habe ich aus Versehen eine Person da in diesen Film reingelassen. Das war doof. Da habe ich nicht drauf geachtet. So, warte mal. Ihr kriegt jetzt... Jo, einmal Popcorn. Ah, ich war zu spät. So, 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 so. Oh, warte mal. Müssen wir den... Ist hier alles richtig? Oh ja, die Leute, die gucken? Nee, die gucken nicht. Wann geht denn das hier los? Muss ich hier noch irgendwas machen? Nö. Hier ist auch noch nichts. Muss ich das denn irgendwie starten? Also, bin ich dafür verantwortlich? Warte mal. Ich gucke mal ins Office. Cinema Area. Ah, guck mal. Mail Toilet. Office. Lobby. Maschine. Ah, Popcorn Maschine. Oh, warte mal. Unlock. Ich mache auch mal die Soda Maschine. Tools. Brush. Das brauchen wir nicht. Nee, ich wüsste jetzt nicht. Ich bin... Ich glaube, ich bin ganz gut dabei gerade. Bis da, du meckert doch niemand, oder? Oh, warte hier. Oh, Leute, haben noch Bock? Hallo. Äh, du bist leider elf. Du bist 18. Du bist 14. Ey, dieses Ding. Direkt erst mal ins Schlag. So, ich bastel. Geil, geil, geil. Geil, 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 geil. Und rein. Hallo. Du bist 18. Accept. Accept. Oh, das ist gut. So, das Gute ist, ich bin jetzt schon bereit. Ja, ja, ja. Was möchtest du? Hä? Wo sehe ich denn, ob du süßes... Au, du willst das... Warte. Ah. Salty Popcorn. Das stelle ich nur kurz ab. Hier einmal sweet. Und du willst einmal ein Getränk. Was willst du haben? Ja, ich weiß doch nicht, was du willst. Das Ora... Hier, warte. Sweet Popcorn. Einmal für dich. Zack. Und du willst einmal sweet... Oh Gott, ey. Ich brauche unbedingt einen Mitarbeiter. Ich schätze mal, das ist das Orangene. Ja, perfekt. Warte. Oh, zu... Ach, Mann. Es ist schon... Warte doch. Es ist schon wieder Feierabend. Was ist mit dir? Worauf wartest du? Wer bist du denn? Das ist ein Gangster. Dir gehört das Ding hier. Ja, mir gehört das Kino. Pay up. You need to pay... Digga, was willst du denn, Alter? Ich schlag dich kaputt. Batz. Batz. Ey, lass meine Leute in Ruhe. Alter, was soll denn der Mist? Ich hab den doch jetzt schon ein paar Mal... Ey, warum kann ich den nicht kaputt machen? Okay, ich glaub, den kann man nicht besiegen. So, ich sch... Sorry, ich mach... Ich reparier. Jetzt muss ich hier wieder... Hüpf. Äh, äh. Ja, okay. Meine Nase juckt auch. Ah, sie juckt. Oh. Oh, ich glaub, gleich haben wir Level up. Was ist denn hier eigentlich? Kann ich das sauber machen? Nö. So, warte mal. Cinema Area. Ich upgrade mal die Toiletten. Ah, nee. Erst mal mein... Nee, erst mal die Lobby. Zack. Alles kriegt so ein Upgrade. Das ist vielleicht nicht schlecht. Oh, ist jetzt das hier gerade im Hype? Die Frage ist, wo kaufe ich denn neue Filme? Weil ich hab ja nur zwei. Ich upgrade mal die Brush und die Wrench. Ich glaub, das lohnt sich. Ich mach nochmal. So, dann sind wir auch fast pleite. Die Toiletten. Oh, die Toiletten sehen gut aus. Jetzt mal ehrlich. Aber was hat sich denn jetzt verändert? Ich hab ja hier die Lobby ausgebaut. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt schicker geworden ist. Ah, guck mal. Main Quest. Chapter 1. Quest available. Ah, wir müssen erstmal auf Level 5 gehen. Nachdem die Leute einen Film gesehen haben, wollen sie auf die Toilette. Oh ja. Oh, oh, was ist jetzt okay? Ich muss jetzt hier hinten putzen, oder was? Was habt ihr mit den Toiletten gemacht, ihr Kranken? Nö, Toilette sieht doch gut aus. Ohne Witz. Oh, Entschuldigung. Oh, ja. Ihr Ekelhaften. You leveled up. Ah, guck mal. Wenn ich das hab, dann seh ich jetzt überall, wo die Schmodderreste sind. Junge, was habt ihr hier gemacht, ihr... Aber putzen gibt gut Erfahrungspunkte. Zack. Ist hier ansonsten noch irgendwo? Nö. Jetzt ist schön sauber. Perfekt. Hallo. Ja. Aber warte, wir haben doch jetzt geupgradet. Oh ja, es geht viel schneller. Wenn ich gleich die Kohle hab, werde ich das auch nochmal machen. So. Äh, Reject. Accept. Accept. Reject. Accept. Gut gemacht. So, warte mal. Die wollen jetzt doch bestimmt hier wieder... Ja, 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 ja. So, also, warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst direkt hier den bekommen. Einmal. Und die Popcorn. Jo. Warte. Einmal Sweet Popcorn. Und hier kann ich schon mal so ein Slushy Maschi machen. Sehr gut. Was ist als erstes fertig? Das Sweet Popcorn. Hier, ich mach nochmal Sweet Popcorn. Aber du brauchst ja hier nochmal deinen Drink. Bitte. Du kriegst auch nochmal einen. Währenddessen ist dein Sweet Popcorn hier fertig. Perfekt. Wie viel Kohle gibt denn das? Oh, wir haben 3800. Das ist schon nicht schlecht. Aber wir brauchen auf jeden Fall... Oh, auf jeden Fall Mitarbeiter. Äh, Ice Cream. Accept. Äh, accept. Accept. Oh ja, da ist jetzt bald voll. So, jetzt werden hier wieder ein paar Leute Slushys wollen. Oh ja, da will aber nur jemand einmal hier Popcorn. Da können wir eigentlich wirklich mal was vorbereiten. Das ist eigentlich gar nicht so doof. So. Einmal Salty Popcorn. Für dich Sweet. Du kriegst den Drink. Kann ich denn noch mehr Maschinen holen? So, warte mal. Hier. Popcorn. Äh. Ey. Immer. Alles geht hier immer kaputt. Ach, das werde ich gleich auch mal upgraden. Ich muss mich vor allen Dingen kurz mal beeilen. Äh, warte. Hier. Weil hier ist eine lange Schlange. Wenn die Leute gehen, das ist nicht gut. Accept. Accept. Oh ja. Rein da. Rein. Oh ja, das ist sehr, sehr gut. Jetzt wollen die hier aber alle... Warte mal. Du, den kannst du haben. Äh, dann noch einmal. Ich bin nicht so der Freund von salzigen Popcorn. Was mögt ihr lieber? Salziges oder süßes Popcorn? Ich bin auf jeden Fall Team Süß. Ähm. Muss ich sagen. Ich bin damit irgendwie aufgewachsen. Ich glaube, das kommt dann auch einfach immer so ein bisschen drauf an. Reject. Äh. Tut mir leid. Wir sind leider voll. Also, das kostet irgendwie, glaube ich, 17.000. Da müssen wir jetzt echt ein bisschen, ein bisschen sparen, bis wir das upgraden können. Das tut mir wirklich leid. Oh, warte. Wollen sie noch? Ah, ist leider auch voll. So. Okay. Und ist natürlich wieder kaputt. So. Das Upgrade hat sich zumindest schon gelohnt. Es geht deutlich schneller. Aber einmal... Oh. Wieder aufgelevelt. Das ist geil. Dann sind wir schon fast Level 5. Oh ja. Hier haben wir noch. Accept. Reject. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe 5.000. Aber ich glaube, wir können nichts hier upgraden. Naja. Das kostet 17.000. Customize. Farbe lasse ich. Hier. Oh. Warte. Hier ist Müll. Oh. Ein neuer Customer ist in the studio. Bitte. Ja. Update. Alter. Ich habe hier einfach das Telefon geklaut. Ne. Sag mal. Und die hat auch irgendeinen Camcorder. Die wollte einfach einen Camrip machen. Was ist die denn für eine? Aber was mache ich mit dem Müll? Habe ich hier irgendwo einen Mülleimer? Schmeiße ich vor die Tür. So. Warte. Ah. Geht nicht. Na toll. Ja. Wo soll ich das denn hinpacken? Warte. Okay. Pup. Ja. Alles klar. Jemand hat hier. Okay. Jetzt habe ich alles gesehen. Also sofern die nicht schlecht werden, werde ich jetzt hier gleich mal ein bisschen noch was machen. Aber hier ist ein Mülleimer. Ah. Throw. Hm. Ne. Müssen wir erstmal noch in der Tasche behalten. Ja. Lecker Popcorn. Wie gesagt. Ich packe das jetzt einfach erstmal alles hier hin. So. Unsere Aufgaben. House alone. Gut. Achso. Da müssen wir zum Nachbar. Aber gut. Wir wollen ja nur diese Main. Das sind ja Nebenquests. Wir warten, dass wir Level 5 sind. Ich hätte gern wirklich Mitarbeiter. Das wäre schon cool. Oh. Projektor. Gerade bin ich rausgegangen. Minus 5 Rating. Achso. Ja gut. Weil der kurz kaputt gegangen ist. Ja Leute. Dafür kann ich doch jetzt nichts direkt. Leute. Jetzt seid bitte nicht sauer. Ah. So bekomme ich Plus 2 Rating. So. Jetzt muss ich sowieso wieder den ganzen Schmutz und... Oh Gott. Ey. Die Leute. Und was ist hier auf Toilette los? Was macht ihr denn hier immer? Gut. Ich sollte dankbar sein, weil ich dafür Erfahrungspunkte bekomme. Aber trotzdem. Ich weiß halt wirklich nicht wohin mit dem Müll. Falls ihr eine Ahnung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und muss ich diese Sachen hier reparieren? Weil hier ist ja so ein Dingens drin. Ein Loch. Oh. Hier sind schon wieder die nächsten Leute. Ja. Warte. Äh. Ja. Accept. Accept. Fein. Reject. Perfekt. So warte mal. Ich weiß doch, dass ihr jetzt wieder hier was haben wollt. Genau. Guck mal hier. Aber jetzt instant. Boom, Junge. Zack. Boom. Und trotzdem haben wir noch einen zu wenig. Weil alle wollen süßes Popcorn. Oh. Hallo. Kommen sie rein. Kommen sie rein. Krass. Wir könnten so viel mehr Tickets verkaufen. Das ist schon echt bitter. Aber ist halt oftmals einfach voll. Ey. Und warum fällt das Ding hier fast zusammen? Oh. Ja. Bitte sehr. Einmal süßes. Süßes. Sonst gibt es saures. Hallo. Ja. Einmal rein. Und rein. Immer Popcorn. Ein süßes. Ein salziges. Ah ja. Oh. Warte. Du willst einfach nur ein Getränk. Das kannst du haben. Sie bekommt hier einmal das Popcorn. Und du bekommst einmal hier deinen Drink. Ach so. Weil du noch nicht an der Reihe bist. Geht das noch nicht. Okay. Warum auch immer. So. Kulang. Darfst du das überhaupt. Ist das. Ich. Ja. Ich denke. Das ist schon in Ordnung. Ja. Geht aufs Haus. So. Und du nimmst den hier. Fertig. Oh. Oh. Hier sind schon wieder viele Leute. Äh. Reject. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Ja. Mädel. Du bist neun. Da will die in so einen brutalen Sleasher Film rein. Oh. Die wollen alle süßes Popcorn. Keiner mal was leckeres salziges. Warte mal. Kann ich das nicht auch nochmal upgraden? Aber vielleicht sollten wir gucken, dass wir Geld sparen, ne? Oh. Hier sind auch schon wieder Leute. Äh. Ja. Accept. Du nicht. Oh. Ja. Wir haben Level 5. Geiles Ding. So. Warte mal. Da will ich ja gleich auf jeden Fall mal gucken. Weil da können wir dann ja echt vieles neues freischalten, wenn wir da diese Main Quest haben. So. Warte mal. Äh. J. Go to the front of the plant store. Okay. Ja. Ja. Der Laden läuft auch von alleine. So. Schnell. Schnell hin. Sprinten. Pflanzen. Irgendwo. Ah ja. Hier. Was. Was. Ist das egal. So. Moin. Hallo. Erinnerst du dich? Ne Mann. Ich weiß nicht, wer du bist. Ah. Du hast früher mit meinem Ober zusammengearbeitet. Ja. Ja. Das ist ja schön für dich. Mein Name ist Roti. Ach. Dir gehört ein anderes Kino hier. Okay. Okay. Das ist das Einzige, was du mir jetzt sagen wolltest. So. Melle. Wer war das, Alter? Wer war der komische? Ist alles okay? Ja. Ja. Oh ja. Mitarbeiter. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Endlich. Endlich Mitarbeiter. Oh. Das wird einiges so vereinfachen. Können wir ansonsten irgendwas Neues freischalten? Cinema Area. Lobby. Ja. Gut. Das ist jetzt ja nichts so krasses. Stuff geht noch nicht. Oh. Popcorn Machine. Das upgrade ich schon mal. Und die auch nochmal für zwei. Oh. Warte. Was ist das denn hier? French Fries Fryer, Junge. Bam. Aber dafür hätte ich dann ganz gern schon einen Mitarbeiter. Weil ich habe ansonsten Angst, dass das nicht ganz hier so klappt. Aber das wird auch unser Rating erhöhen. Oh. Ist Feierabend? Sehr gut. Das bedeutet, hier hat doch sicherlich wieder jemand hingepinkelt. Richtig. Und ein bisschen Müll habt ihr auch hinterlassen. Obwohl das ist ja noch verhältnismäßig human. Aber ich glaube, viele gute Ratings. So. Das Ding ist, wir sind jetzt voll. Also ich habe jetzt hier keinen Platz mehr für irgendwas. Na. Das ist jetzt auch die letzte Vorstellung des heutigen Tages. Except reject. Reject. Samar. Wollte ich doch eigentlich auch nochmal aufleveln, oder? Das Ding. Oh. Da will auch jemand Pommes haben. Pommes kriegst du. Oh Gott. Das Fett spritzt. Äh. So. Warte mal. Hier. Popcorn. Und ein leckerer Slushy. Du willst einfach nur... Oh. Warte. Ich muss hier. Das ist wichtiger gerade. Äh. Nee. Ja. Nee. Nee. Ja. Ja. Perfekt. Das ist echt... Das kannst... Kriegst du alles gar nicht so schnell hin. So. Warte mal. Du wolltest Pommes haben. Da. Einmal die Pommes. Die gibst als erstes. Dann noch einmal der mittlere Slushy. Und nochmal was Süßes. Währenddessen mache ich hier. Komm rein. Weg mit dir. Komm rein. Komm rein. So. Dann ist das auch wieder fertig. Boah. Ich bin... Ich brauche dringend Pause, Alter. Warte mal. Jetzt muss ich hier auch nochmal French... Ah. Das Fett wieder. So. Was willst du? Süß. Und die mittleren? Ja. Okay. Niemand will dieses Quama. Hallo. Komm rein. Und rein. So. Jetzt sind die beiden Dinger hier aber auch alle wieder voll. Da geht jetzt gar nichts mehr. Wir sind kompletto follow. So. Hier. Und der. So. Dann noch einmal Süß und Pommes. Vorsicht. Ich gehe direkt weg vom scheißen Fett. Sorry. Wir sind voll. So. Einmal hier. Und deine Pommes. Auch eine sehr dirty Kombination. Aber whatever floats your boat. Leute. Ey. Wir sind leider komplett ausgebucht. Da müsst ihr ja früher kommen. So. Und ey. Popcorn. So. Dann ist jetzt auch gleich Zeit für einen Film. Und vor allen Dingen ist dann... Ja. Und es bimmelt. Vor allen Dingen ist jetzt auch gleich dann Zeit für Feierabend. Oder? Ah. Erneut. Äh. So. In das Studio. Ah ja. Da muss ich hier wieder... Bats. Schön auf die Fresse. Und reparieren. So. Und noch mehr. Noch mehr komische Leute. Ah. Einer schnarcht hier. Gut. Der ging ja auch nicht los. So. Ma'am. Entschuldigen Sie. Die Schelle der Gerechtigkeit. Hä? Sag mal. Was soll das denn jetzt? Baseballschläger? Ne. Sorry. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tut mir leid, Leute. Müssen wir alle mitleben. Ah. Handy, Alter. Hier. Können Sie sich nach der Vorstellung wieder abholen. Ja. Die schnarchende, die ist... Ja. Hier. Lege ich hier vorne hin. So. Schön. Das gute iPhone. Cinema. Wie? Unsere Bewährung ist zurück runtergegangen. Ja, weil die eine da geschnarcht hat. Dafür kann... Ich kann die halt nicht wecken. Wer bist du denn? Wer bist du? Alter. Jetzt wird es aber ein bisschen scary hier. Was soll das? Ah. Aber hier kriegen wir plus zwei Rating. Ja. Die Toilette sieht auch wieder vollgepingelt aus. Bis zum geht nicht mehr. Sag mal. Was feiert ihr denn für kranke Partys, Mann? Das ist meine Toilette. Ja. Alter. Was? Kannst du mal gehen? Ich weiß nicht, was ich mit dieser Person machen soll. So. Aber jetzt... Ah. Guck mal. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist auch dieses Schlafsymbol da. Dieses Bettsymbol. Und vielleicht können wir... Ah. Jetzt. Guck mal. Jetzt ist sie auch da. Kandidat 1. Hallo. Ja. Ich bin der Besitzer. Ja. Klar. Ist offen. Ja. Das ist ja schön, dass sie auch einen Job suchen. Ah ja. Und du auch? Hey. Ich hab Hunger. Kannst du mir ein bisschen... Gib 2000. Junge. Für 2000 kann ich mein... Ne. 2000. Komm. Ich geb dir 2000. Aber mach nicht diesen. Bitte. Ich hab dir jetzt 2000 gegeben. Aber mach... Nicht, dass der jetzt... Quatsch macht. Ne Wurst in mein Hotel legt. Hotel. Kino. Wohne ich hier? Ja. So. Wunderschönes Haus hab ich. So. Kumo. Die eine schnarcht da doch immer noch, oder? Hey. Ich hör diese Schnarchen immer noch. Was ist mit ihm? Ne. Ich will dir nicht nochmal 2000 geben. Du hast schon... 2000 sind in dem Spiel der Befehl, Mann. So. Warte mal. Kann ich jetzt jemanden einstellen? Complete Chapter 1. Ja, Junge. Ich hab doch. Warte mal. Was ist hier? J. Main Quest. Give. Ja, ich hab dem doch schon 2000 gegeben. Was ist das denn? Ah, danke. Beste Wünsche an dich. Ach so. Ich muss ja nochmal mit ihm quatschen. Talk to Grandpa. Ja, Grandpa. Ah. Du suchst also für Leute. Ja, 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 ja. Ich such die Leute. Perfekt. Kandidat 1. Wo ist jetzt Kandidat 1? Steht die schon hier? Oh, warte, warte, warte. Hier ist gerade einiges am Dampfen. Äh, rein. Weg. Rein. 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 Perfekt. So, warte mal. Jetzt muss ich mal Kandidat 1... Ja, warte, 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 warte. Alles gut. Ja, aber wo ist denn? Wahrscheinlich muss ich das wieder... Ah, Kandidat 1. Warte. Ich beeile mich, beeile mich. Wo ist denn die? Wo muss ich denn ganz hinlaufen? Hä? Sie. Nee. Dieser Regenbogen ist weg. Ja, das ist sie. Sie ist das doch. Ja. Hallo. Ja, ja, ich hab... Wie? Du hast schon einen Job bei jemand anders. Was ist das denn jetzt für ein... Der Opa. Der Opa hat mich gescammt. Der ist echt mies. Ey, und diese eine Oma schläft da immer noch. Das gibt's doch nicht. Aber na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's. Mit Palettos Superkino für heute. Wenn's euch gefallen hat, schallert gerne in den Like rein. Und schaut gerne auf Palutenburg Shop vorbei, falls ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt. Oder was anderes. Und dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.